Der Indie Showcase ist durch und oh mein Gott, waren das geile Projekte. Die waren ja teilweise so geil. Also ihr habt mich wirklich positiv überrascht. So viele und so gute Projekte. Ich bin sehr positiv begeistert. Aber Spaß beiseite, ich bin DonF204. Gut, Spaß war das nicht, das war wirklich mein Ernst. Aber ich bin DonF204 und wir fangen jetzt mit dem Video an. Ich habe zwei Fragen an euch und eine Information an euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird interessant. Erste Frage. Wollt ihr noch ein Showcase haben im nächsten Jahr? Und wenn ja, was würdet ihr anders machen als dieses Jahr? Ich habe auf jeden Fall auch schon Änderungspläne, aber vielleicht überschneiden die sich mit euren Änderungsplänen. Dann wäre es natürlich optimal. Und was fandet ihr besonders gut? Was soll auf gar keinen Fall geändert werden an dem Showcase? Okay. Das wäre auf jeden Fall die wichtigste Frage. Ob ihr etwas haben, also nochmal ein Showcase machen wollt und wie ihr diesen haben wollen würdet? Schreibt es in die Kommentare. Zweite Frage. Was waren eure Lieblingsprojekte aus dem Showcase? Der Showcase, den könnt ihr angucken. Part 1 und Part 2. Und schreibt einfach ohne Platzierung einfach die Projekte, eine beliebige Anzahl an Projekten, die euch wirklich gefallen haben. Ihr könnt ja die Top 3 schreiben, Top 5 oder Top 10, keine Ahnung. Schreibt einfach die Projekte, die euch überzeugt haben. Und da muss auch wie gesagt keine Reihenfolge, ihr müsst das nicht bewerten. Gut, das waren die zwei Fragen. Was waren eure Lieblingsprojekte und was soll ich nochmal so ein Showcase machen? Diese zwei Fragen bitte in den Kommentaren beantworten. Und jetzt kommen wir zu der Info. Ich werde morgen, am 4. August, werde ich ein Video hochladen mit meinen fünf Lieblingsprojekten aus dem Indie Showcase. Ich werde eine harte Entscheidung treffen müssen und deswegen wäre es auch schön, wenn ihr eure Lieblingsprojekte hier in die Kommentare schreibt. Dann könnt ihr meine Entscheidung noch ein bisschen beeinflussen und das ist natürlich dann optimal. Und ja, ich muss diese Entscheidung treffen und dann werde ich morgen ein Video hochladen mit den fünf Highlights für mich. Ich werde dann jedes dieser Highlights nochmal kurz vorstellen in dem Video. Vielleicht so fünf Minuten lang oder so ungefähr. Also das Video wird so 25, 30 Minuten lang und wird dann die Highlights, meine fünf Highlights, beinhalten. Und dann müsst ihr von diesen fünf Highlights ein Projekt wählen, welches am Ende den RPG Maker Unite gewinnt. Und ich hoffe, wir können gemeinsam diese Entscheidung treffen. Es wird eine harte Entscheidung, definitiv. Es waren einfach sehr viele, sehr gute Projekte dabei. Aber die Entscheidung muss nun mal getroffen werden. Und es wird natürlich auch noch Gewinne geben, die ich zufällig an die Teilnehmer verteile. Wurde ja so angekündigt. Die Gewinnverteilung mache ich dann nächste Woche Montag. Da werde ich dann schauen, welches von den fünf Projekten die meisten Stimmen hat. Und werde dann auch die zufälligen Preise an die Teilnehmer verlosen. Also da gehen dann alle Preise raus am Montag. Nächste Woche Montag, der 8. August. Das mache ich dann live im Stream. Mache ich einen kurzen Stream dazu. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich hoffe, dass ihr fleißig kommentiert. Ihr habt im Discord ja, da habe ich die gleiche Frage auch schon gestellt, auch schon fleißig kommentiert, was eure Lieblingsprojekte sind. Ihr könnt das auch einfach copy-pasten und dann hier reinschmeißen. Ihr müsst das nicht nochmal neu schreiben oder so. Einfach copy-pasten. Das reicht, denke ich mal. Ihr könnt es natürlich auch nochmal ein bisschen neuer und besser schreiben. Okay. Ja. Nach welchen Gesichtspunkten werde ich die fünf Projekte aussuchen? Das ist vielleicht noch sehr entscheidend, um das Ganze nachvollziehbar zu machen. Also erstens für mich wichtig, wie gut ist die Idee? Die Idee hinter dem Ganzen, hinter dem Projekt. Wie gut ist die Idee gewesen? Was soll das fertige Spiel darstellen? Wie kreativ ist das Ganze? Ist es etwas, was man schon gesehen hat? Ist es etwas, was man noch nie gesehen hat? Und so weiter und so fort. Wie gut ist die Idee? Und wie gut gefällt sie mir selbst? Würde ich diese Idee spielen wollen? So. Zweitens. Wichtig bei, gerade bei einem Showcase, ist Präsentation. Wie gut wurde das Ganze präsentiert? Ähm, viele haben einen Trailer gemacht oder eine Demo eingereicht. Ähm, manche haben noch Artworks dazu gelegt, etc. PP. Wie gut wurde das Ganze präsentiert? War es gut präsentiert? War es verständlich präsentiert? Hat man die Idee hinter dem Projekt verstanden durch die Präsentation oder war das eher schwierig nachzuvollziehen, worum es eigentlich gehen soll? Ähm, und war die Präsentation unterhaltend? Oder war sie eher langweilig? Ähm, das ist dann das Zweite, die Präsentation. Wie gut war diese? Und das Dritte in meinen Bewertungskriterien wird die Realisierbarkeit sein. Realisierbarkeit oder Umsetzbarkeit. Ist das, ist die vorgestellte Idee von der Person überhaupt umsetzbar? Oder gehe ich davon aus, dass diese Idee umsetzbar sein wird? Weil man kann ja noch so tolle Ideen haben. Aber, ihr kennt es ja von AAA-Publishern, die dann mit übelst geilen Spielpräsentationen und Ideen kommen. Und dann am Ende, die Realität sieht dann völlig anders aus. Oder, ähm, nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Manche Ideen sehen auf dem Papier sehr schön aus, aber sind einfach nicht realisierbar. Und, ähm, ihr wisst ja auch, dass viele Entwickler unterschiedlich gut sind, weil sie unterschiedliche Erfahrung haben. Und, dementsprechend, ähm, wie realisierbar ist das? Bei Projekten, die bereits erschienen sind, wie das von Two-Face, würde ich Realisierbarkeit streichen. Und dann würde ich, wie gut ist das fertige Projekt geworden, ähm, dann quasi, quasi austauschen. Ähm, ja, das war es soweit von mir. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr euer Material zur Verfügung stellen wollt, könnt ihr auch in die Kommentare. Einfach einen Link schmeißen, ähm, wird dann als Spam markiert, muss ich dann wieder demarkieren. Aber ihr könnt auch eure Projekte, eure Demos, eure Videos oder irgendwas, könnt ihr auch hier in die Kommentare schmeißen. Dann können die Leute vielleicht auch eure Demos anspielen, downloaden, anspielen. Oder eure Trailer angucken, wenn ihr sie irgendwo hochgeladen habt auf YouTube oder so. Das könnt ihr alles machen. Schmeißt es in die Kommentare, ähm, und, ja. Lest euch auf jeden Fall auch die anderen Kommentare durch. Das war es soweit von mir. Tschüssi und danke fürs Zuhören und fürs Kommentieren natürlich. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, da kommen ein paar Kommentare zusammen. Vor allem wichtig, wollt ihr nochmal so ein Showcase haben? Ja oder nein? Das ist für mich das Allerwichtigste in diesem Kontext. Tschüssi. 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 Vielen Dank.